DJI Digital FPV System Obwohl moderne Technologien immer fortgeschrittener werden, können wir leider immer noch keine Fantasien verwirklichen, die die Menschen seit der Antike beschäftigen. Es geht natürlich ums Fliegen. Ja, wir sind immer noch nicht in der Lage, von alleine in der Luft zu fliegen, die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und zu fühlen, wie der Wind ins Gesicht bläst. Es gibt jedoch Geräte, die uns diesen Empfindungen so nahe wie möglich bringen und die Erfahrung des Vollflugs nachbilden können. Das DJI Digital FPV System ist sowohl für Profis als auch Einsteiger konzipiert und setzt sich aus einer Kamera, einer Lufteinheit, einer Videobrille und einer Fernsteuerung zusammen. Laut Hersteller soll das System eine Revolution im Drohnensport sein. Einfach die Brille aufsetzen, die Drohne starten und den atemberaubenden Flug genießen. Mithilfe der Komponenten sind FPV-Rennen bei einer minimalen Latenz von 28 Millisekunden möglich und das bei einer kristallklaren HD-Bildübertragung in 720p und 120 Bildern pro Sekunde. Die Reichweite liegt bei bis zu 4 Kilometern. Das System unterstützt bis zu 8 Kanäle und ist daher ideal für den Drohnensport. Die Kosten betragen ab 820 US-Dollar. Mei Go Hier kommt ein Spielzeug, das Shooter auf eine ganz neue Ebene bringt. Wenn die Fans dieses Genres früher mit Videospielen zufrieden sein mussten, kann man heute sogar die eigene Wohnung in ein Schlachtfeld verwandeln. Mei Go ist ein Roboter, der vom chinesischen Unternehmen Didi Jin entwickelt und mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde. Mithilfe der KI bewegt sich der Roboter von alleine, umfährt Hindernisse, kann zu einer Autowerkstätte fahren und weicht sogar einen Blaster aus. Das Fahrzeug ist ein sich bewegendes Ziel, das viel schwieriger zu treffen ist, als man zunächst denkt. Aber das ist noch nicht alles. Mei Go verfügt über eine spezielle App, mit der man den Roboter nach eigenem Geschmack programmieren kann. Der Mehrspieler-Modus macht das Spiel noch aufregender. Mei Go wird vor 130 US-Dollar angeboten. Specs Jetzt kommt eine Erfindung, für die man nicht hinausgehen und nicht einmal vom Tisch aufstehen muss. Specs sind Magnetkugeln, die die Feinmotorik und Kreativität entwickeln. Der Hersteller bietet zwei Optionen an. Das erste Set enthält 512 Kugeln, das zweite 1000 Kugeln. Beide Optionen bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, um verschiedene Figuren zu basteln. Die einzige Einschränkung ist eure Vorstellungskraft. Die Magnete sind glatt, fühlen sich angenehm an und helfen, Stress abzubauen. Das Spielzeug ist kompakt und passt sogar in eine Hosentasche. Der einzige Nachteil ist, dass es aufgrund kleiner Teile nicht in die Hände kleinerer Kinder gelangen darf. Ein Set kostet 28 bzw. 50 US-Dollar, je nach Farbe und Größe. Rocket Fishing Rod Wenn ihr lange davon geträumt habt, endlich mal zu fischen, aber nicht wisst, wo genau ihr anfangen sollt, wird euch dieses Spielzeug helfen. Rocket Fishing Rod wurde speziell für Kinder entwickelt, um sie irgendwie zu beschäftigen, während die Erwachsenen angeln. Trotzdem können auch Erwachsene damit spielen, vor allem wenn man erst Anfänger ist und die Grundlagen des Fischens lernt. Es handelt sich um eine Spielzeugpistole, die mit einem speziellen Geschoss schießt. Im Inneren befindet sich ein versteckter Köder, der an der Angelschnur befestigt ist. Wenn das Geschoss ins Wasser fällt, sinkt der Köder in eine Tiefe, wo die meisten Fische lauern. Per Knopfdruck wird das Geschoss in eine Entfernung von 3 bis 9 Metern geworfen. Das Spielzahl kostet 40 US-Dollar. Rover Land & Sea Vehicle Ferngesteuerte Autos, die in jedem Spielwarengeschäft zu finden sind, sind definitiv gut und können zumindest für eine Weile ablenken. Wusstet ihr aber, dass das Potenzial dieser Autos nicht zu 100% ausgeschöpft ist? Der amerikanischen Marke Brookstone gelang es, ein ferngesteuertes Auto zu entwickeln, das nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf dem Wasser fährt. Das Auto ist mit einer Kamera ausgestattet, die sich um 90 Grad drehen kann. Dank dieser Funktion verwandelt das Fahrzeug seinen Bediener in einen echten Forscher, der sogar unter Wasser in einer maximalen Entfernung von 45 Metern schwimmen kann. Wildzige Scheinwerfer ermöglichen es, auch nach Sonnenuntergang weiterzuspielen. Der Preis beträgt ca. 100 US-Dollar. Captain Americas Shield Zum Schluss zeigen wir euch ein leistungsstarkes Tool, mit dem es euch nie langweilig wird. Damit meinen wir natürlich eure Fantasie. Dies kann mit vielen Techniken gefördert werden. Einer davon ist dieses Spielzeug, ein echter Schild von Captain America. Er eignet sich perfekt für Rollenspiele und Cosplay und vertreibt die Langeweile. Auf dem Markt werdet ihr mehrere unterschiedliche Modelle finden. Dieser Schild von Hasbro sieht genauso aus wie der echte. Dies ist eine Replik in der Originalgröße mit einem Durchmesser von 61 Zentimetern. Das Innere ist mit verstellbaren Trägern aufgestattet. Diese Version für Erwachsene kostet ungefähr 100 US-Dollar. Für die kleinen Fans von Superhelden eignet sich dieser Miniaturschild aus dem Disney-Store, der 30 US-Dollar kostet. Das Spielzeug leuchtet und macht realistische Kampfgeräusche beim Aufprall. Übrigens könnte Captain Americas Shield auch selber basteln. Uns hat diese Variante am besten gefallen. Handschuhe von Marvel Superhelden Wenn euch Iron Man besser gefällt, lässt sich auch hierfür ein geeignetes Spielzeug finden. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Dies zum Beispiel ist ein Handschuh, der einen Teil des Iron Man-Kostüms aus dem dritten Film imitiert. Das Spielzeug wird von Hasbro hergestellt und wirft Minigeschosse, die 6 Meter weit fliegen. Damit könnt ihr Problemlos in die Welt eines Superhelden eintauchen und eure Lieblingsszenen aus dem Film nachstellen. Der Preis beträgt ca. 20 US-Dollar. Denjenigen von euch, die das Universum kontrollieren und verzerren möchten, wird diese Version des Iron Man-Handschuhs gefallen. Das Spielzeug eignet sich für Erwachsene, da es aufwendig gestaltet ist und viele realistische Details enthält. Der Handschuh hat elektronische Gelenke, die sich bewegen, wenn man an den Ringen zieht. Die Infinity-Steine leuchten, wenn sie an der richtigen Stelle platziert sind. Der Handschuh ist 50 cm groß und kostet 100 US-Dollar. Das nächste Spielzeug sind Iron Man-Handschuhe aus dem Film Avengers Age of Ultron. Es war kein Scherz, als wir euch gesagt haben, dass es im Handel verschiedene Versionen der Handschuhe gibt. Das Set von Hasbro enthält zwei Handschuhe, sie kosten etwa 50 US-Dollar. Und dies ist die letzte interessante Version der Superhelden-Handschuhe. Dieser Handschuh gehörte Thanos, schließlich muss jemand auch für das Böse kämpfen. Dies ist eine weitere Replik in Originalgröße, die leuchtet und Geräusche macht. Eine tolle Ergänzung für eure Fansammlung. Der legendäre Handschuh von Thanos kostet 100 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.